der die Lamina Muscularis Mycosis überschreitet und auch tiefe Wandschichten betrifft. Erosien, überflächliche Gewerbdefekt mit noch intacker Muscularis Mycosis. Epidemiologie, Inzidenz in Deutschland ca. 200 pro 100.000 pro Jahr pro Jahr. Ulkes Tudini 2-3 und häufiger als Ulkes Ventikuli. Ulkes Tudini mehr Männer als Frauen. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Epidemiologie, Helicobacter pylori. Ja, das ist ein Bakterium. Bakterium bleibt gleich überall. Oh, okay, das ist gut. Helicobacter pylori, Pylori. Pylori. Ja. Ja, positive Ulkes Kankheit. Chronische HP Gestritis bei mehr als 90% der Patienten mit duodinalen Ulkes und bei ca. 75% der Patienten mit Magen Ulkes ist die Magenschleimhaut mit HP beseitelt. Ja. HP Negativ Ulkes Krankheit, Risikofaktoren. Ein Name nicht-steroidaler Antirheumatika NSAR in besondere in Kombination mit Glycocoticoiden. Unter NSAR-Gabe ist je nach Dosierung das Ulkes Risiko etwas fünffach erhöht. Bei gleichseitiger Gabe von Glycocoticoiden sogar um den Faktor 10 bis 15. מ і pfig. Okay. Selten Hyperparathyroidismus, Slinger-Aliessen-Syndrom, chronische Gestreitis an anderer Genese, siehe ABC-Klassifikation der chronischen Gestreitis. Das kommt später, ja. Akutes Stress-Ulkes. Stress-Ulkes, ja. Ursachen, Polytrauma, große Operationen, SI, EAS, Niedernversagen, etc. B-Therapie, Stress-Ulkes-Prophilicis. Okay. So. Gehen wir nochmal oben. So, Ulkes und Erosion. Muss man verstehen, dass es tiefer ist Ulkes. Das geht bis zu Lamina Musculares. Und wenn man sieht, dass diese Lamina Muscularis intakt ist oder Muscularis Mucosa sogar intakt ist, dann ist nur Erosion. Das ist zu unterscheiden, weil da gibt es beispielsweise bei Malorie-Weiss-Syndrom, da gibt es Isophageal-Erosionen und nicht Ulkus. Aber beim Gastroitis und solche Sachen, da gibt es schon Ulkus. Die sind tiefer. Und deswegen, da ist Gefahr von dieser Perforation mehr als was anderes. Da gibt es zwei Formen, Diodenie und Ventriculie. Da sehen wir gleich, Unterschied zwischen beider. Äthiologie. Warum passiert überhaupt diese Ulkus? Meist und meist und meistens sind wegen Helicobacter pylori. Und die verursachen diese chronische Helicobacter gastritis und dann irgendwann kommt Ulkus. Und das ist auch so eine Sache, meistens sind Diodenale Ulkus. Die sind mehr im Diodenum und nicht direkt im Magen, weil die können auch in diesem acidotischen Bereich nicht so gut überleben können. Und deswegen sind die mehr im Diodenalen Ulkus. Dann HP-Negativ. Was alles kann ohne Helicobacter pylori passieren? Das ist ein klassischer Beispiel, NSAF, auf Englisch NSAID. Wenn jemand täglich Ibuprofen einnimmt, dann kann ein Ulkus passieren. Und da kommt auch ein solcher klassischer Fall, kann auch in Fachsprachberufungen kommen. Das kommt beispielsweise, jemand hat Rückenschmerzen, hat jetzt Rücken-OP gehabt. Das ist die einzige Vorerkrankung. Und kommt jetzt wegen starker Magenschmerzen. Wahrheit, das? Das ist nicht mehr als Ibuprofen oder Paracetamol, solche Sachen, wegen Rückenschmerzen. Deswegen Anamnese von Medikamenten ist sehr wichtig, wenn jemand kommt mit Magenschmerzen. Okay, sehen wir noch weiter. Was ist das? Selektive Selektive. Richtig. Beispiel? Citalopram. Ja, Citalopram. Klassiker. Klassiker Citalopram. Das kann auch das verursachen. Rauchen wissen wir alle. Alkohol wissen wir alle. Wenn jemand alt wird, dann Möglichkeit ist ein bisschen mehr. Ja, dann die beiden. Okay. Positive Ulkusanamnese, klar. Versteht man. Niereninsuffizienz mit Uremie. Das kann auch das verursachen. Mechanismen weiß ich auch nicht. Uremie cause. Uremie. Hepa. Uremie. Das cause. Blood. Ja, das ist, ich auch vergessen. Ja. Was? Was? Ja, dann Hausaufgabe. Nächstes Mal jemand wird mir das sagen. Ja. Okay. Seltene Ursachen. Hyperparathyroidismus und Soligen-Ellison-Syndrom. Soligen-Ellison ist so ein Gastronom. Mehr Gastronen wird produziert und dann mehr Säure. Einfach. Chronische Gastritis, andere Genesen, das ist aktuell nicht wichtig, aber das sehen wir später. Stress Ulkus, das wird bald kommen bei euch, wegen Prüfung. Aber da kommen die anderen Ursachen, die sind mehr häufig. Polytrauma, das ist auch eine Form von Stress. Große Operationen oder dieser systemische, inflammatorische Response-Syndrom, SIRS oder Nierenversagen. Und was macht man beim Stress Ulkus? Einfach Stress Ulkus Prophylaxe. Und was gibt man für Stress Ulkus Prophylaxe? BPI's. BPI's. Richtig. So, hier alles klar? Keine Fragen? Das hangt auf einmal, weil sie stress hat's macht. Ja, klar. Das ist unbedingt. So, Arpita. Ja. Klassifikation. Bulkus Ventriculi, Lokalisation, meist kleiner Kurvator oder Andrum. Bulkus Diodene, Lokalisation, meist im Bulbus Diodene, gehauft bei Menschen mit der Blutgruppe O. Ja. Eine äthiopische Lage ist immer Carcinom-Pedaptisch. Verdächtig. Verdächtig. Das ist wichtig zu wissen, ne? Jetzt wissen wir, diese kleine Kurvator, Gastrica Minor oder Diodenum, Bulbus Diodene. Die sind typische Lokalisation. Da muss man, das ist eine Sache, falls irgendwo anders lokalisiert, dann klar, muss man Carcinom ausschließen. Aber zusätzlich bei jeder Therapie Refraktäre, Ulkus, muss man Biopsie machen und Carcinom ausschließen. Okay, weiter, Arpita. Ja. Pathophysiologien, Magen abschneeter, Pars Cardiaca, Fundus Gastricus, Corpus Gastricum, Pars Pylorica, Antrum Pyloricum, Canalis Pyloricus. Ja. Gefezversorgung, Arterien, Kleine Kurvator, Versorgung mit Arteria Gastrica Sinistra links und Arteria Gastrica Dextra rest. Ja. Große Kurvator mit Arteria Gastrica Sinistra, Magenkundus mit Arteria Gastrica Previs und Magenhinterwand mit Arteria Gastrica Posterior. Muss ich was erzählen hier, nicht, ne? Nein. Venen? Verlaufen großen Teils wie die Arterien, Venosa abfluss in die Veneporte. So, hier alles klar, das ist einfach, ja, muss man lesen. Wichtig ist nur diese kleine Kurvator und Diodenie. Muss man wissen, wo die sind und was ist die Bedeutung, warum ist das wichtig zu wissen, wegen Carcinomverdacht. So, das Anatomie muss man, falls man möchte, dann kann man lernen, so wichtig ist für Faktsprüfung nicht. So. Ja. Äh, physiologischer Magensaft. Ja. Belegselen, Bildung von Salsaurer, HCL und Intensikfaktor. Ja. Nebenseelen und anderen Drusen, Bildung von protektivem Schleim und Hauptseelen, Bildung von Tepsinogen. Ja. Äh, melchst du zur Schutzenensetzung des Magensaftes? Die Belegschaft ist sauer und integriert, weil die Hauptmänner Pepsin trinken und die Nebenmänner sind Simon. Ja, das ist, falls jemand möchte, das, ja, weißt du, Pneumonik. Ja. Belegselen, Belegselen sind Parietalzellen. 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 Und die produzieren insbesondere HCL und IF. Äh, IF ist notwendig für Vitamin B12-Absorption. Äh, Nebenzellen, Antrumsdrüsen für protektive Schleimhaut. Und das, man, das ist alles jetzt wichtig zu wissen, weil da kommen dann später Mechanismen, warum passiert ein Ulkus überhaupt, dann wissen wir das. Ja, gut. Regulation der Secrektion, Stimulation der Belegselen, Dusch, Acetylcholine, Histamine und Rastrin, Produktion und Secrektion von Salzauro. Prostaglandin. Prostaglandin, Stimulation der Schleimproduktion und Hemung der HCL-Ausschutung. Ja. Protektive. Ja. 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 Schädigender Einflusser, Helicobacter pylori, Pylori, Gastritis. Ja. Besiedlung, die die Aggression verstärken und Defensive Faktoren vermindern. Ja, so hier, das ist wichtig zu wissen, diese Mechanismen, weil wir, wenn wir diese Mechanismen kennen, dann wir wissen auch, wie die Medikamente funktionieren. Hier, wir sehen schon, Prostaglandin ist sozusagen gut, verursacht mehr Schleimproduktion und hemmt HCL. Das bedeutet, falls da etwas gibt, das ist Prostaglandin analog, dann, das soll uns helfen. Das sehen wir auch in Therapie. Und falls da gibt es etwas, das Histamin oder Gastrin oder Acetylcholin hemmt, dann wird auch weniger Säure produziert. Deswegen ist diese Mechanismen wichtig zu wissen. Okay? Hier Fragen. Ich habe zwei kleine Fragen. Ja. Salzsäure und Magensäure, sind die gleich? Magensäure hat Salzsäure in it, so drin. Okay. Und Schleim ist Mucus, oder? Mucus, ja. Okay. Okay? So, Omkar, weiter. Symptom, Klinik. Oder wer soll jetzt? Ulfarm? Ulfarm oder Ulfarm? Ja, wer soll, ich weiß nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ja, Symptome, Klinik und allgemein Symptome. Epigastische Schmerzen, eventuell Blutung, Zeichen, Anamnie, Hämatomyces, Melenia. Besserung durch Anteicida. Ja. Asymptomatische Verläufe sind möglich. Verläufe sind möglich, ja. Spezifische Symptome, Ulfarm, Ventriculik. Wichtig zu wissen, ne? Dieser Punkt. Ja, Schmerzen unmittelbar nach Nahrungsaufnahme, oder? Ja. Schmerzen unabhängig von Nahrungsaufnahme. Ja. Ulfarm, Nustern, Schmerzen, in besonders Nags, Linderung der Schmerzen durch Nahrungsaufnahme. Das ist wichtig. Diese erste, Nahrung mag schlimmer, andere mag Nahrung besser. Ja. Ne? Ventriculik, Nahrung mag schlimmer, Diodenie, Nahrung mag besser. Ja. Einziger Punkt. Immer, tausendmal wiederholen. Ventriculik, Nahrung ist schlecht. Diodenie, Nahrung ist gut. Ja, und der Patient mit Ulfarm, Sie kommen meistens in der Nacht. Ja. Ja, eins oder zwei Uhr. Weil, da, die sind nüchtern. Ja, die sind nüchtern. Und dann kommen Schmerzen. Ja. Ja. So, weiter. Durch N-S-E-R, A-R, Einnahme verursachte Ulzira-Verlaufen oftmals symptomatisch, bis es zur Blutung oder Perforation kommt. So, warum ist das so? Weil, es gibt keine Schmerzen, man hat. Ja. Ja. Aber mit dieser N-S-E-R, man bemerkt das, man bemerkt kein Schmerzen. Ja. Ja. Aber deswegen, Anamnese, wichtig. Habe ich oben so ein Beispiel gegeben. Anamnese, medikamentiöse Anamnese für jeden Magenschmerz im Patient ist sehr, sehr, sehr wichtig. Anamnese gehört alles. Ob er Blutverdünner einnimmt, NSI einnimmt oder hat er Gewicht verloren, B-Syntomatik, solche Sachen. So, weiter. Ja. Sonderform. Sonder. Sonderform. Ulkos, Dei, Dei, Olafeu. Aber das ist, niemand wird das fragen, das ist nur, ja. Was ist denn, was ist Dei, Olafeu? Scientist. Scientist, okay, das ist der Name von ein Scientist und Wissenschaftler. Ja. Ja, ich habe nie gehört. Kursbeschreibung. Seltene Erkrankung bei der S-Prize durch eine geringe Schleimhauterosion aufgrund einer verlangelegten, submucose verlaufenden Arterie in der Magenschleimhaut zu schweren Blutungen kommen kann. Lokalisation meist im proximalen Magenabschnitt. Symptomatik entspricht einer akuten, oben gestrointestinalen Blutung mit Blutungszeichen, Hermatis, Melanie, Anämie und je nach Blutverlust, hypovolemischer Schock. Ja. Therapie, endoskopische Blutstillung, Unterspritzung, Clip, etc., Exzession der Blutungsgefährdetenregion. Am Ende sind es gleiche Symptome, gleiche Therapie, aber nur so ein French-Wissenschaftler hat das entdeckt und dann Namen gegeben. So, Omkar. Diagnostik. Hysofego-Gastrodiagnoskopie, UGD, mit Biopsien, mehrere Biopsien, Helicobacter pylori ist fleckenförmig verteilt, größere Sicherheit ein Magenkarzinom zu entdecken. Zweimal. Das ist wichtig, da muss man ein bisschen Abstand halten. Da ist ein kleiner Ulkus, das bedeutet nicht nur diese Ulkus nehmen, so ein bisschen noch Nebenbereich auch dazu mitnehmen in Biopsie. So, weiter. Ja, zweimal Magenantrum, pylorisch an kleiner und größer Kurvator und zweimal Magenkorpus, kleiner und größer Kurvator. Circa 10% der Ulceraventriculi, mehr als 2 cm, sind maligne Magenkarzinom. Biopsien aus dem Randbereich und aus dem Grund eines Ulkusventriculi sind daher obligatorisch. Das hat man verstanden, Rand und Grund, was bedeutet das? Grund bedeutet in der Mitte von Ulkus und ran, nebenan, so Grenze, so Borders and the Center. So Grund bedeutet die Kors, so, ja, genau Kors. Aber Grund hier bedeutet so Mitte, so Center. So Center. Is it the base or the floor of the ulcer? Maybe both floors. You have to take a deep biopsy. Okay. All the layers. Okay. Gastrointestinale Blutung bei der gastrodiodeonale Ulkuskrankheit sind Blutungen häufig. Diese können diagnostiziert und gegebenenfalls blutstillend behandelt werden. Helicobacter pylori-diagnostik bevorzugt endoskopische Biopsien bei akuten Erkrankungen. Immer Histologie, Färbung und direktem mikroskopischen Nachweis und Nachweis einer Ammoniabildung ist, wenn Helicobacter pylori-negativ und keine NSAR-Einnahme. Bestimmung von Gastrin bei Gastrinom. Zollinger-Elisen-Syndrom stark erhöht. Bestimmung von Siremcalcium und Parathormon bei primären Hyperparathyroidismus erhöht. Durch den Aufschluss eines Magencalciumus muss jedes Magenolkus bis zur vollständigen Abheilung mittels ÜGD und histologischer Untersuchungen kontrolliert werden. Ja, so, das sehen wir schnell. Wie macht man Diagnose? Biopsie, klar. Helicobacter pylori ist überall normalerweise verteilt. Die Bakterien bleiben nicht auf einer Stelle. Und deswegen, da muss man eine große Biopsie auch nehmen, wegen Magencarcinomgefahr. Wo nimmt man diese Biopsie? Zweimal Magenantrum, zweimal Magencorpus. Das sehen wir nochmal. So, da Corpus und Antrum, das ist ober. Und, wo war das? So, 10% Ventriculi sind maligner. Deswegen, wenn da gibt es Ventriculi-Ulkus, dann ein bisschen mehr vorsichtig. Mehr Biopsien machen, tiefe Biopsien machen. Gastrointestinale Blutung, das kann passieren bei jeder Ulkuskrankheit. Und was macht man dann? Diagnose und gegebenenfalls Blutstellung. Therapie kommt später, das sehen wir gleich. Helicobacter pylori, das haben wir in Ideologie schon gesehen. Das ist die häufigste Ursache für einen Magenulkus. Und wie diagnostiziert man? Beste ist Biopsie und dann mikroskopisch Sehen, diese Bakterien. Wenn man das nicht hat, dann kann man diesen Bettzeit-Test machen mit Juryase-Schnelltest. Wie macht man das? Einfach Patienten sozusagen Kohlenhydrate geben und dann Ammoniak oder CO2 in Atem, so in Ausatmen messen. Wie funktioniert das, weiß jemand? Ich erinnere so etwas, dass wenn in unserem Bauch Magensäure produziert wird, dann grabt der Helicobacter pylori tiefer und dann in diese Zellen, Goblet-Zellen oder sowas. Ja. Ich kann mich genau erinnern. Ja, es ist einfach so, dass jede Bakterie hat diese Juryase-Enzyme. Wir haben auch das. Und wenn wir was essen, dann diese Sachen würden in Handstoff, dieser Handstoff wird zu Kohlenstoffdioxid, so CO2, und Ammoniak abgebaut. Und diese Ammoniak, warum brauchen die Bakterien Ammoniak? Weil Ammoniak schützt die Bakterien von Säuren. Ja. Ah, ja. Deswegen, das ist ein normaler Mechanismus von diesen Bakterien, und das messen wir. Wenn die CO2 und Ammoniak produzieren, das messen wir. In diesem Juryase-Schnell-Test. Ja. Okay, und was machen wir, wenn HP negativ ist? Wir haben gesagt, das ist eine häufige Ursache, aber jetzt haben wir alle Untersuchungen gemacht, das ist negativ. Dann müssen wir Anamnese machen, ob der Patient andere Risikofaktoren wie NSAR-Einnahme hat oder nicht. Wenn nicht, dann müssen wir Gastrin im Serum bestimmen und auch in Magensäure. Warum? Weil diese Gastrinoma, Sollinger-Ellison-Syndrom, möglich. Was wir schon früher auch gelesen haben, in Ursachen, Hyperparateuridismus. Das kann auch Ulkus verursachen. Und deswegen für Parathormonbestimmung und Serumcalciumbestimmung. Und dieser Satz ist sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist auch so groß geschrieben. Das muss man merken. Und das ist auch teilweise, wie ich vorher gesagt habe, alles was Therapierefraktär ist, Tumorsuspekt. Spragsprüfung, die können einfach fragen, ja gut, Sie haben einen Patienten, er hat jetzt Ulkus, Sie geben PPIs, die schicken Patienten nach Hause. Was machen Sie noch? Was machen Sie dann? Dann, wir machen eine Verlaufskontrolle von Gastroskopie, Verlaufskastroskopische Kontrolle. Warum machen wir das? Wegen dieser Satz. Weil das kann ein Magenkarzinom sein. Und jeder so nicht geheilte Ulkus kann auch sich als Karzinom dann sich verwenden, verwechseln. Das wird irgendwann Karzinomathos sein. Nein, alles klar. Umkar? Arpita? Nein, war okay. Nein, okay. So, wer ist next? Wer möchte jetzt? Ich kann SP. Medikament, Therapy Medikament Pro. Ja. Abdi, Medikament, Medikament, Milikopakt. Ich kann nicht das klar sein. Nochmal. Ulkus Ventriculi, Eradikation bei zwei positiven Helicobacter Valori-Tests. Zum Beispiel Histologie und Uriese Schnelltest. Ja. Ulkus Duodenii, Eradikation bei einem positiven Helicobacter Valori-Test. Das bedeutet nun, warum haben, was bedeuten diese Sätze? Das bedeutet, wann macht man eine Eradikationstherapie bei einem Ulkus Ventriculi und wann macht man eine Eradikationstherapie bei Ulkus Duodenii? Ulkus Ventriculi, wir brauchen zwei positiven Tests und bei Duodenii nur eine. Warum ist das so? Weil Hydeco-Vectro-Pylori sehr, sehr übelig ist. Die verursachen mehr Duodenii. Ja. HP verursacht mehr Duodenii. Und deswegen, einmal positiv reicht. Dann brauchen wir nicht mehr diskutieren, sofort behandeln. Ventriculi ist selten beim HP. Deswegen lieber zweimal überprüfen. Okay. So, weiter. Durchführung. Nebiterium in doppelter Standarddosis plus zwei Antibiotika über sieben Tage. Anschluss weiterer Gabe eines TPI in Standarddosis. Erdtherapien zilsische Trippeltherapie, Protonpumpinhibitors plus Clarithromycin plus Amoxicilin. Clarithromycin. Clarithromycin. Metronidazol. Ja. Bismuth. Vodropultherapie. Protonpumpinhibitorin plus Bismuth plus Tripsalcline plus Metronidazol. Welche Therapie mehr in Deutschland? Was? Nochmal. Welche Therapie benutzen wir mehr in Deutschland? Ja, wir benutzen hier Französische, aber falls jemand kommt und sagt, er hat Penicillinallergien, dann benutzen wir Italienisch. Achso. Das macht auch Sinn, ne? Amoxicilin-Allergien dann Petronidazol. Ja. Protonpumpinhibitoren, Omipratzol, Pantopratzol, effektiv vollständiger und irreversibler Hemmung der Haarplus-Atefase in den Parietal-Cellen des Magens Therapie der Reflux-Krankheit des Ulkus-Ventriculi und Duodenin sowie in der Kombination mit Antibiotika bei der Helicobacter-Phylori-Eradikation eingesetzt. Das ist wichtig, diese Haarplus- und Potashium-Kalium-Plus-Atefase sind diese Pumps, diese sozusagen Enzyme auf diese Parietal-Cellen. Die schicken Kalium heraus und die bringen ein Haarplus rein. Und dieser Haarplus bildet sich mit Chlorid und produziert... HCL. 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 Weiter. HP-Negativ, Ulcerap, Arendstia Noxen, keine NSAR, Nasteroide, oder? Hm? Ja. Nichtsteroidale Antirheumatika, Reduktion von Rauchen, Alkohol und Stress, Protonpumpen-Inhibitoren. Nach sechs bis acht Wochen endoskopische Kontrolle des Eradikationserfolges, auch um überscheinende Katzinome auszuschließen, bei fehlender Indikation zur Kondikopie, Therapiekontrolle mittels Atemtest und Stuhl-Antigen-Test, dann Entscheidung über Vorflugungsmodalitäten der PPI-Therapie. Verstanden dieser Satz? Ja. Also nach acht Wochen endoskopische Kontrolle... Ja. ...muss erfolgen. Ja. Wir müssen das machen. Warum? Weil, kann sein, das ist ein Karzinom, aber es ist ein Diodenum. Wir haben gesagt, HP-Positiv. Wir haben Eradikationstherapie gemacht, aber da war eigentlich auch kein Karzinom drin. Und nur so, dass wir das Karzinom nicht verpasst haben, muss man gastroskopisch nochmal untersuchen. Und wenn, da gibt es keine Indikation für Kontrolle Endoskopie, dann, wir haben oben schon gesehen, dass hier, hier, über sieben Tage geben wir Antibiose mit Protonpump-Inhibitoren und anschließend weitere Gabe von Protonpump-Inhibitoren. Wie lange dann? Lebenslang? Das ist auch nicht gut. Und deswegen, da muss man entweder mit Endoskopie oder mittels Uriase-Schnelltest, das ist Atemtest, oder Stuhl Antigen für Helicobacter pylori, diese Tests machen und dann entscheiden, ob Protonpump weiter notwendig ist oder nicht. Dieser Tests wird hier nicht verlangt, oder? Nein, nein, die machen das, aber das ist nur, sozusagen kann man so sagen, das ist wie Dedimere bei TVT. Wenn Dedimere negativ sind, dann ist die Möglichkeit für ein TVT fast 0, aber wenn Dedimere positiv sind, das bedeutet nicht, dass der Patient TVT hat. Das ist gleich hier, falls Atemtest negativ ist, dann die Möglichkeit der Patient HP hat, ist fast 0, aber wenn das positiv ist, das bedeutet nicht unbedingt, dass der HP hat. Dann muss man endoskopisch oder Stuhl Antigen untersuchen. In Deutschland, die machen für jede Ulkus Gastroskopie, jede Ulkus. Unterstiftung, Klipp, Hilfung, Hebe und so weiter. Ja. Operativ. Aufgrund der Effektivität der Protonpump Inhibitor Therapie werden operativen Verfahren heutzutage nur noch selten angewendet. Ja. Aufgrund der Effektivität sind mitunter eine Option bei endoskopisch nicht beherrschbarer Ulkus. Ja. Indikation. Ultima Ratio. Ultima Ratio. Ja. Ultima Ratio. Ultima Ratio. Mlara Zettelme intersection mit våra Dichterhaare 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 Gitteräuser 1 Distalha Magen sechs, Translugen Astroskopie Ö Из 000ATριer Einerache Düsterrense Gitteräuser Gitter napfussi 1 Итак bis imagining Dichterhaar Dichterhaare 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 parasites, 살passerne Gitteräuserumenία twists Währende Episode 1 Dichterhaar Dichterhe verärytopsiatrisった将ge eine Light pond Pokup Ja, ihr wisst, Tomi. Ja, ihr wisst, Tomi. Vagotomi, trunculärer Vagotomi, durchstrennung von truncus vagalis anterior und posterior des Nervus Vagos im Bereich des distalen Oesophagus, selective proximale Vagotomi, durchstrennung der den proximalen Magenanteil in erwerenden Fasen des Nervus Vagos, Post-Vagotomi-Syndrom-Definition Magenentleerungs- und Passagesstörungen nach Vagotomi ohne Durchführung einer Pyloroplastik. Pyloroplastik, ja. Pyloroplastik. Symptome meist versorgerte Magenentleerung mit begleitenden Schuhen, Sattigungsgefühl, Aufstoßen, Inappetenz- und Refluxbeschwerden, teilweise Intermediären-Diadrohen. Therapie symptomatisch im Falle von Diadro, Therapieversuch mit Cholestiramin. So, was hier wichtig ist, OP-Indikation muss man wissen, wann macht man überhaupt OP. Wenn endoskopisch, Blutung ist so schlimm, dass endoskopisch, das kann man nicht unter Kontrolle kriegen, dann muss man operieren. Und das ist auch so ein Urkurs, der immer wieder Medikamente gibt man, aber da passiert nichts oder da ist ein wirklich großer Verdacht, dass dieser Urkurs ist wegen einem Karzinom. Fertig. Dann nimmt man einen großen Teil des Magen raus. BILDROT 1, BILDROT 2, Operationen, ja, Technik würde man eigentlich in der Prüfung nicht tragen, aber das ist ein Nahbereich, aber kann man ein Video sehen. Da gibt es in YouTube Videos für BILDROT 1 oder 2. wie man diese OP durchführt. Ja, aber sonst Name reicht, BILDROT 1 oder einfach BILDROT OP reicht auch, Magenteilresektion. Vagotomie, warum machen wir Vagotomie? Säureprotektionen. Ja. Und was ist mit Säure und Vagus? Also Vagus stimuliert war diese Säure Herstellung. Ja, das gehen wir schnell nochmal oben. So, Äthiologie, ne, nicht, ne, 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 warte, wo war das? So, hier, Regulation der Sekretion, Stimulation der Belegseln durch Acetylcholin. Das ist von Vagus. Und deswegen, wenn wir Vagus rausnehmen, dann kommt kein Säure. Aber ich weiß nicht, ich habe das nie gehört, dass jemand hat das in Deutschland bekommen. Ja, sie machen einfach BILDROT 1 oder so. Ja, ja, aber trotzdem gut zu wissen und einfach Vagotomie reicht, ne. Dieser Post-Vagotomie-Syndrom, Magenentleerung und Passagestörungen, da gibt es ein anderes Thema. Nach vielen Magenoperationen kann das passieren. Da gibt es keine Motilität, Peristaltik ist weg und deswegen, Essen bleibt dort länger und das kann Probleme wie Reflux oder Aufstoßen, was bedeutet Aufstoßen? Burbs, na, Burping. Ja. Das alles kann passieren. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur diese, ja, gibt es Vagotomie? Und warum? Das wissen wir jetzt. Und BILDROT. Und wann man eine OP macht, Indikationen. Die drei Sachen muss man wissen. Wann und wie, das reicht. Okay? Ja. Zu tief nicht gehen. So, Komplikationen? Ja. Blutung. Siehe auch Lernkarte, Lernkarte, gestorben, Blutung. Ja. Nummer 1, Klassifikation der Blutungsaktivität nach Forst. Ja. Stadium. 1, 1, Beschwerbung. 1, 1a, spritzende artielle Blutung. 1b, sicker Blutung. 2a, 2a, Lation mit sichtbarem Gefäßstumpf. 2b, koagelbedeckte Lation. 2c, hämatinbelegte Lation. Läsion. Läsion. Und 3, Läsion ohne Blutungszeichen. Hier, ich habe immer so gemacht, das ist Forrest-Klassifikation, ist einzelne Klassifikation, wo das sozusagen umgekehrt geht. Kleine Nummer ist schlimmer. Große Nummer ist besser. Okay. Spritzende artielle Blutung, das kommt wie, also Artie ist jetzt verletzt und da spritzt Blut. Mit jedem Puls. Ja. Sicker Blutung bedeutet auf Englisch oozing. Das ist, like, es oozes out. You can see the blood, it's constantly oozing out. Läsionen mit sichtbarem Gefäßstumpf. There is arterial stumpf, which you can see. And, like, it's also kind of bleeding, but not constantly, like, sicker Blutung or not spraying, like a spritzender Blutung. Coagul. There is a blood coagul. Einfach. Right? And a coagul is there. hematine is only, it's also similar like coagul, but it's like, coagul is more fresh, and hematine is more old. On, lesionen, on a Blutung sichtion, that means, you can see the ulcer, but there is no bleeding. There is a deep, deep, deep ulcer, but no bleeding. Okay. Further? Why? Why? Möglicherweise Erosion der Arteria gastrodiudinalis mit starker Blurring. Ja, das sehen wir hier nochmal. So. Wo ist mein Maus? So, gastrodiudinalis hier, das ist alles Hinterwand. Das sieht man so, das ist ein bisschen nach hinten, dieser Gefäß. Und deswegen Hinterwand, Erosionen sind mehr gefährlich. Das ist auch diese Diudinali hier, kleine Kurvatur und deswegen. Und diese ist ganz in der Nähe von Magen. Und deswegen, das kann direkt zu einer Blutung von Gastrodiudinalis kommen. Okay, so. Therapie, Versuch der endoskopischen Blutstillung. Ja. Bei Versagen der endoskopischen Blutstillung, Operationen, Ulkesumstischung und Gefäßligatur. Ja. Der so führenden Gefäße von extra luminal. Ja, so von draußen. Wir gehen nicht rein vom Magen, wir kommen von draußen. Ja. Okay. Zweite Komplikation. Perforation vom Magen. So, tut ihr den Namen? Ja. Klinik. Oder, das ist nicht so, das ist Magen oder Lüge. Ja, natürlich. Entschuldigung. A-Klinik, schlagartig einsetzen, setzende, starke, stächende Schmerz, entschließend, diffuser Bauchschmerz. Ja. E-Gendin, Peritonitis. Richtig. Bei chronischen Ulster und Sera auch Symptome möglich. Ja. Diagnostik, äh, tympanitische Kloppschal, äh, Kloppschal. Kloppschal. Eigentlich Peritonitis, äh, ne? Ja. Röntgenabdomen, Nummer 1, Abdomen, Übersicht, also Übersichtsaufnahme im Stirn, äh, äh, subphänische Lüft, äh, Lüftsicher. Abdomen, Übersicht, Aufnahme in Linkseite, äh, Seitenlage, Seitenlage, freie Luft zwischen Leber und Latoriale, Bauchwand. Ja. Das unbedingt merken, ne? Äh, hier, das wissen wir, ne? Alle in Röntgen, wie sieht man Perforation unter der Sveshfell, äh, Diaphra? Ja, das ist, normalerweise ist das Stehen nicht möglich ins Krankenhaus. Weil die haben so viele Schmerzen, die können nicht so still stehen bleiben. Und deswegen muss man in Liegen, und in Liegen macht man immer, immer, immer in Linkseitenlage. Warum? Hier steht schon.